Hallo Leute, in einem Video geht es nur um eines. Lebt euer Leben für Gott, den himmischen Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. So gut wie ihr es nur könnt. Ihr habt jetzt unendliche Bankkonten erbeten von mir zu Gott, dem himmischen Vater. Für jede Nation, jede Republik, jeden Staat, jedes Land. Jedes Bankkonto ist unendlich. Wir sind raus aus dem Kapitalismus. Das ist schon beim Bundestag angekommen, weil Gott, dem himmischen Vater, alles unter seiner Kontrolle hat. Und das ist auch gut so. Es wird weiterhin alles gemacht in der Marktwirtschaft. Nicht in der Marktwirtschaft, sondern in dem Besorgen, dass alle Tätigkeiten weiter getan werden. Manche haben sich die Pension Elohims verdient. Und manche machen Wohltun der Beschäftigung, für das alles funktioniert. Aber reich sind alle. Und so können alle dann in ihrer Freizeit, wie viel sie auch davon haben, leben für Gott, den himmischen Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Man lebt für die Dreieinigkeit. So gut wie man kann. Be excellent to each other and party on dudes. Everything has got its reason. Please come on and show me one. Alles das erklärt das Leben. Und es ist schön so. Danke fürs Zuhören. Es ist mir eine Ehre. Auf dem Kanal könnt ihr Musikvideos schauen. Ein paar Präsentationsvideos, wo ihr in die Welt der Parfumerie eintauchen könnt. Glaubensvideos, wo ihr den Heiligen Geist befragen könnt. Ihr könnt auch über dieses Video den Heiligen Geist befragen. Aufs Weiß und Elektromagnetik-Wer-Pushen-Videos. Das sind Videos über einen Antriebsmotor, der auf Magnetismus passiert, den man nicht aufladen muss. Den muss man gar nicht aufladen, den Motor. Und Fun-Videos. Danke. Tschüss. 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 Tschüss.